ist es nicht ein schöner tag zum mittag ja gerade ein bisschen chillen da drüben ist übrigens der friedhof ja und damit ein herzliches willkommen zu einer neuen folge notruf 112 die feuerwehr simulation teil 2 hier die freiwillige feuerwehr und schauen wir doch gleich mal was wir für einen einsatz bekommen man könnte hier eigentlich mal grillen herum also stühle tische ist ja das vorhanden wäre eigentlich mal sehr schön ja ja gut dann schauen wir mal was man für den einsatz rein bekommen machen wir dann mal zu achtung hilfeleistung v1 einsatz für hlf 1 also wir haben in der waldstraße ein verkehrsunfall schauen wir mal was wir machen müssen vielleicht müssen wir absichern keine ahnung sind wir gleich ja dann würde ich sagen rückt noch mal aus tor ist schon offen warten wir mal dass alle kommen ja wohl so also ein pkw ist von der straße abgekommen ja keine person im fahrzeug also ist schon mal gut noch mal keine eingeklemmte person das heißt ja schauen wir mal was genau ist weiß ich nicht ist die person verletzt oder nicht weiter der fetten heißes eisen leck mich fett der zieht der voll durch also waren sie mir da ja ab und zu hat mir ja kollegen die griechen eher so dahin und dann hat man kollegen die geben da richtig vollgas die hauen da richtig aufs gaspedal drauf und dann ja ich gebe ihnen ordentlich stoff so nach dem motto naja es ist aber mehr so im stadtgebiet ich frage mich warum wir von der freiwilligen feuerwehr gerufen werden hätte eigentlich die berufsfeuerwehr ja auch machen können naja na gut aber kann sein dass die vielleicht keine kräfte frei haben ja die anfahrt dauert ein bisschen länger am alten gas speicher vorbei ok jetzt immer schon rettungswagen ok ich glaube mal hier ist der einsatz leitstelle mühlheim von hlf 1 kommen hier leitstelle mühlheim kommen erste lade meldung verkehrsunfall landstraße ein pkw in beschung lade wird weiter erkundet kommen ok gut also wir sehen schon mal so wie es ausschaut keine verletzte person ja dann stellen wir mal aus machen wir dann mal die tue zu ja gehen wir mal den leuten hier den befehl absetzen wir kümmern uns jetzt mal wir machen jetzt mal einfach mal eine ortsbegehung so verdammt wo muss mir aus den heu passieren bringen sie mal sind sie verletzt haben sie schmerzen naja ich bin verletzt bin schauen sie mit meinem wagen und mein herz blut ist in diesem anblick also bei diesem anblick also gehen sie bitte zum rettungswagen wir müssen sicherstellen dass sie nicht ernsthaft verletzt sind verstanden er sagt dann verstanden jawoll also der sagt nicht ok sondern er sagt verstanden ja ok gut ja dann gucken wir mal also so ja was ist der so das sind betriebsmittel ausgelaufen also die müssen auf jeden fall abgebunden werden ja ok gut und was müssen wir hier machen sonst ja ok gut dann würde ich mal sagen polizei hat schon mal ordnungsgemäß abgesichert ja dann würde ich mal sagen legen wir los wir machen einmal brandschutz bereitstellen das ist ganz wichtig einmal hier dann ähm tun wir das Fahrzeug sichern Leitstelle Mülheim von HLF1 kommen hier Leitstelle Mülheim kommen weitere Lagemeldung Fahrzeuge werden gesichert aufgelaufene Betriebsstoffe werden abgebunden kommen das ist verstanden das ist verstanden so also die haben den jetzt mitgenommen ins Krankenhaus anscheinend das ist doch eine schwere Verletzung ja gut dann richten die jetzt natürlich das Zeug hier so dann schauen wir mal dann machen wir eigentlich eine technische also wir müssen die Betriebsstoffe abbinden das ist ganz wichtig das Fahrzeug ist schon mal gesichert jetzt der Kollege holt oben das Zeug das ist immer der sportliche springt immer da runter ja also der ist ja mega sportlich also mein Kollege hier mhm das ist wirklich toll ja so perfekt ja hier können wir eigentlich die Tür wieder zu machen so ja hier sind wir sozusagen fertig jetzt gehen wir schnell zum Polizisten hin ja gibt es ein Problem gibt es ein Problem sagt er ja und er hi ok brauchst du was nein die wollen mit mir nicht reden ja gut dann würde ich sagen wir haben eigentlich alles gemacht ähm ja wir können eigentlich nichts mehr machen also technische Hilfe lässt so haben wir alles gemacht die Strahlen ja passt alles ja dann können wir eigentlich ähm zusammenpacken mehr brauchen wir nicht machen hier die jetzt auch wir wollen hier vielleicht hier das ist ja schon ordentlich so ein schaden geh und wenn es dem fahrer sein traumauto ist muss halt beim nächsten mal ein bisschen besser aufpassen nicht so schnell und zügig fahren geh und dann das eigene können fahrverhalten überschätzen ja kommt ja öfters vor ja gut dann würde ich sagen wir glück mal ab aber wir können nichts mehr machen leitstelle mühlheim von hlf 1 kommen hier leitstelle mühlheim kommen ja dann würde ich sagen war es das mit dem einsatz ist ein schneller einsatz gewesen gott der tag ist ja in anführungszeichen keiner schwer verletzt worden leichte verletzung denke ich mal ja aber das wird im krankenhaus abgeklärt ja dann würde ich sagen war es das schon wieder von meiner seite her ich hoffe es hat euch gefallen ja und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal in diesem sinne euch noch einen schönen tag gehabt euch wohl und bis zum nächsten mal freunde tschüss servus und bis zum nächsten mal in Untertitelung des ZDF, 2020